Hallöchen meine Freunde und herzlich Willkommen wieder zurück zu XCOM 2. Ja, wir sollen einen Gegenstand aus dem Adventzug, aus dem Adventzug, genau. Ich glaube ich habe da einen kleinen Sprachfehler gehabt, egal. Auf jeden Fall sollen wir einen Gegenstand erlangen und gucken wir mal um was für einen Gegenstand es sich dabei handelt. Los geht's! Na dann, Einsatz starten. Realisieren Sie die Sicherheitskräfte, sichern Sie das Gebiet und holen Sie sich die Daten. Verstanden. Na dann. Worauf brechen, äh, worauf warten wir noch? Brechen wir auf. Ich muss zugeben, Stachis Mütze hat mich ein bisschen verunsichert, als die da einfach so ins Bild geschossen kam. Ich dachte, die jockte eine Weipe im Zug. Oder etwas ähnliches. Naja, was soll's. Im Zug? Natürlich im Skyranger. Eieieiei, was ist denn heute nur los? Jede Menge Sprachbugs heute. Mal gucken, ob wir die noch fixen können. What? Alles klar. Nun gut. Ähm, Info-Mauser, vor mit dir. Geh mal direkt hier hin. Und ich glaube, wir können jetzt wagen, etwas zügiger fortzurücken. Wir haben's ein bisschen eilig. Geh mal hier hin. Okay, bin unterwegs. Okay. Bin unterwegs. Okay. Bin unterwegs. Aber jetzt kommt der fliege auf. Das ist nichts passiert. Okay. Bestätigt. Überwachung läuft. Na gut. Versuchen wir da hochzukommen und uns an diesem Türm wobeizuschleichen. Sicher ist ja sicher. Ja. Geh erst mal hier hin. Ja allzu viel Zeit haben wir nicht. Ähm. Geh hinter die Schubkarre. Bin auf dem Weg. So. Wollen wir das Wagen noch ein bisschen weiter nach vorne? Oh. Guck mal. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Ich bin auf dem Weg. Na kommt Leute. Weiter. Wechsle Position. Bloß nicht von irgendetwas flankieren lassen. Wobei wir haben gegenwärtig keine große Wahl. Wechsle Position. Ähm. Hier hin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Nun gut. Xander. Schau mal was du hier machen kannst. Also zu sechs dem Türm natürlich. Ich hoffe wir fliegen dabei nicht auf. Das wäre ein bisschen ungesund für uns. Hm. Das wäre auch interessant. Schauen wir mal den Video Feed für dich. Oh ja. Die 60% hätten wir nicht geschafft. Oder doch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir hier sicher vorbeimarschieren. Nun gut. Guck mal. Da auch eine Viper. Schleichen wir uns erstmal ins Primärziel an. Oh. Zwei Vipers. Alles klar. Na komm. Lass mich mal wieder ran. Ähm. Du darfst dich ja sogar noch bewegen. Also geh hier hin. Stachy hier hin. Steht dicht. Informauser hier hin. Vienna hier hin. Los geht's. Detlef. Du gehst. Ich weiß nicht wohin. Ähm. Hier hin. Roger. Gut. Ähm. Feuerschutz. Peter Feuerschutz. Pistolenfeuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Nun gut. Bewegt sich da jemand? Hm. Zivilisten. Oh. Zivilisten. Das war brenzlig. Ähm. Ich brauch dann auch noch ein paar Leute, die den Overwatch abfeuern können, wenn es drauf ankommt. Ähm. Geh hier hin. Jawohl. Stachy rückt hier hin vor. Fast ungesehen durchmarschiert. Das ist doch toll, oder? Äh. Drei. Drei. Passt. Wobei. Vielleicht sollte ich einfach mal was ein bisschen näher ranbringen. Nö. Passt schon. Ähm. Ich brauch dann Overwatch. Ähm. Feuerschutz? Oh. Du musst noch einen Meter vor, wie es aussieht. Naja. Ähm. Feuerschutz. Bin dabei. Und Feuerschutz. Nun darf ich jetzt? Das ist gefährlich. Da hast du keine Deckung. Weißt du was? Enko Call geht hier rüber. Und Sender nimmt Enko Calls Position ein und kann von da aus hoffentlich hacken. Nein. Gut, dann müssen wir in der nächsten Runde losschlagen. Schon unterwegs. Stachy hier hin? Bin auf dem Weg. Gut. Der Turm ist außer Sicht weiter. Mehr wollen wir ja auch nicht. Informauser. Du. Gehst hier hin. Na dann schlagen wir in der nächsten Runde los. Mhm. Oh nein. So viel zum Thema in der nächsten Runde losschlagen, ne? Aber gut, damit kommen wir klar. Hm. Ja. Es ist echt merkwürdig, dass du da nichts siehst. Siehst du vielleicht was von hier aus? Nein. Sieht doch verlockend aus, ne? Na dann, Feuer frei. Weg damit. Das war ein schöner Knaller. Oh. Hi. Oh, da hat jemand Panik. Guck, guck. Kommt ruhig näher ran. Mit euch nehmen wir es auch noch auf. Oh nein. Ach so. Der schießt auf seinen Kollegen. Ach, der sich mal kurz auf unsere Seite gestellt. Das finde ich ja recht angenehm. Du bist einer unserer Joker. Hm. 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 Nee, das bringt ja soweit gesehen nichts. Ähm. Guck mal bitte hier. Ja, ich weiß, damit verschwenden wir eine ganze Menge Potenzial. Da mache ich wenigstens so rum. Die Frage ist, hat sich Stachy in der letzten Runde bewegt? Also in der letzten? Ich weiß es nicht. Deswegen ich vielleicht mal mit blitzschnellen Händen anfangen sollte. Na dann. Feuer frei. Mhm. Ja, ich weiß, du solltest keine Küche bekommen. Hat geprallt. Ähm, 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 ähm. Aber das ist jetzt erstmal eine Notlösung. Dann gehst du mir direkt auf Konfrontation. Pust einfach alles weg. Keine Gnade. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Moment, Nummer sechs siehst du gar nicht? Mehrere Ziele beseitigt. Das finde ich aber schade. Ähm. Hm. Vier bis sechs Schaden ist ja nicht die Welt. Das wäre garantierter Schaden auf den hier. Hintvermausler, geh mal bitte wieder zurück. Dann schmeißt du... Oh, der blöde Turm. Dem hier deine Axt auf den Kopf. Gut. Dann schießt du mir den hier noch um. Nein. Oh, jetzt ist es problematisch. Aha. Da sollte sich mal jemand drum kümmern. Ich habe nur noch euch beide. Alles klar. Ich habe drei Ziele. Das ist jetzt nicht so toll. Also gut. Versetzen wir dich erstmal in Stasis. Genau. Und dann... Schlange beherrschen. Ich weiß ja nicht. Ähm. Das sieht wie eine Verschwendung aus. Na komm. Probier es. Vielleicht triffst du ja. Ist ein Münzwurf. Nein. Du triffst nicht. So. Wer von denen ist gefährlicher? Geh mal hier hin. Spreng ihn weg. Mit der Schlange kommen wir hoffentlich klar. Ansonsten gibt es ein, zwei Verletzte. Dann können wieder ein paar Ersatzleute mit. Ist dann halt so. Hey, Beförderung verdient. Sehr gut. Ah, du bist immer noch in Panik. Wunderbar. Du bist aber nicht in Panik. Oh, oh. Oh, Glück gehabt. Ich gebe dir Feuer. Nun gut. Ähm. Ich würde da mal sagen. Geh erstmal hier hin. Und dann kannst du mir das endlich mal hacken. Ei, 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 ei. Was für eine schwierige Geburt. Oh, der Heckwert wird die Soldaten bedarft und 20 gesteigert. Sander. Ich glaube, das ist dein großer Durchbruch. Hacken. Oh, wie knapp das war. Aber yeah, 120 Heckwert. Das ist doch schön. Damit kann man arbeiten. Na dann. Volk nach Hause. We're good to go. Männensatzfeld. Männensatzfeld. Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Öffnen wir hier mal mit dem Filenfeuer. Gut. Dann schießt du hier mal deine Pistole mit 100% ab. Sehr gut. Wunderbar. Feindliches Ziel erledigt. Oh man. Ich sollte dir hier keine Kills geben. Das vergesse ich immer wieder. Ähm. Detlef, geh mal hier näher ran. Oh wait. Vielleicht solltest du ihn einfrieren. Wobei, den bekommen wir down, oder? 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 Hört sich gut an. Für einen Streifschuss. Für einen Streifschuss hat er sich wirklich sehr gut angehört. 3 HP. Ah, dich mit Kist füttern. Das ist ja wirklich mies. 67, wenn du näher rangehst. Wobei, du bist ja auch schon Master Sergeant. Ei, 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 ei. Wenn ich nur noch euch drei hab, dann spielt das an sich ja auch keine Rolle. Pistole abfeuern. Nein. Ziel verfehlt. Ähm. Ja, das könnte jetzt ein bisschen verschwenderisch wirken. Aber ich könnte ihm einfach mal eine Granate. Ja. Was soll der Geiz, ne? Werfe Granate! Und weg ist er. So, dann kannst du mir noch auf Orowatch gehen. Äh, Info-Mauser. Du tarnst dich einfach nicht, damit du hier von dem Turm abgeknallt wirst. Und dann sammelst du mir hier die Beute ein. Bitte ein Info-Pad oder sowas. Ähm, nein. Nein. Ja, gut. Hm. Warum bekomme ich keinen Info-Speicher oder so ein Quatsch? Jetzt da noch feuern? Ich glaube nicht. Ach, herrje. Ein Gesichtslose ist auch noch dabei. Bist du hier der letzte Gegner oder... Ein Glück, dass du uns nicht vorher aufliegen lassen. Sonst wäre das hier richtig mies gelaufen. Wie einer trifft schon mal, das ist gut. Und wie gut bist du zu Fuß, mein Kleiner? Au. Ich hoffe, du fällst nicht allzu lange aus. Hm. Willst du dich verprügeln lassen? Weil das kann ich nämlich auch. Tja, das tut mir weh. Ähm, lad nach. Gut, und dann müssen wir den letzten Pott jagen. Oder das Türmchenblatt machen. Je nachdem. Feuer frei. Naja. War schon ordentlich. Rüstung hält Stand. Ähm. Moment, du hast doch bereits schon den höchsten Rang, oder? Ja. Also habe ich so gesehen, nur zwei Leute, die da war dabei, die noch irgendwie im Rang aufsteigen müssen. Hm. Das ist nicht so toll. Ja, vielleicht ist es ja nur noch der eine Turm. Weiß das schon. Warten wir hier einfach mal ab. Ja, komm. Feuerschutz. Na gut. Boost den Turm weg. Der gibt ja eh nicht mehr viel XP. Ja, herausragend. Und? Feind neutralisiert. Jo, ein Pott gibt es hier noch. Ähm, Informauser. Wobei. Ich habe ja noch andere Möglichkeiten, hier irgendwas herauszufinden. Oh, da geht es ja noch meilenweit nach hinten. Xander, geh erst mal hier hin. Wie hast denn die gesehen? Unglaublich. Im Vergleich zu anderen Spezies ist dieses Exemplar geradezu anmutig. Und hat sehr starke psionische Messwerte. Aber. 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 Kondensatorenentladung? Ja komm, gönn uns mal. Oh ja, ich glaube, da sollte jemand mal schreddern. Gut. Ähm. Hat irgendjemand eine Handgranate dabei? Das könnte interessant werden. Wobei es da ist, könnte ich noch gebrauchen. Ähm. Wo ist die an der Deckung? Von hier aus siehst du ganz gut. Jetzt komme ich. 51 Prozent. Ist ja nicht dein Ernst. Weißt du was? Machen wir erst mal Schaden. Naja, das bringt ja auf Dauer auch nichts. Ähm. Ach ja. Stacke kann sich in dieser Runde nicht mehr bewegen. Deswegen ich sagen würde, wir konzentrieren uns mal auf die Fußleute. Hm. Oh. Das wäre toll. Nächste Runde dann. Mhm. Stasis. Für dich. Dann rufst du dich erst mal kurz aus. Wir kommen gleich zu dir. Sehr schön. Gut. Ach du darfst ja nochmal. Na dann. Puste den mal weg. Puh. Sehr schön. Sehr schön. Mh. Informatis. Rücken wir mal hier auf. Geht nicht an. Ähm. Mh. Mh. Ja, der ist eigentlich so gut wie tot. Die Frage ist nur, von wo aus machen wir noch Töter. Von hier? Rücke vor. Feuer frei. Bye bye. Mh. Mh. Ziel war realisiert. Die Waffe verschlägt meine Munition. Mh. Mh. Ne, komm. Tu ihn einfach mal suppressen. Der geht in der nächsten Runde schon drauf. Dafür sorgen wir. So, was für einen Quatsch machst du? Du schießt. Ist dein gutes Recht. Ich bin dabei. So, dann wird hier erstmal ordentlich geschreddert. What? Ach so, das da. Ich verstehe. Nun, das war ein Teil deiner Panzerung. Mh. Diana, du gehst mal hier hin. Dann stellen wir fest, dass du von hier aus nichts mehr siehst. Naja, macht nichts. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Geschreddert. So. Infomauser, du gehst bitte hier hin. Ernsthaft? Ah doch, so. Das ist in Ordnung. Und ich glaub, die Rüstung ist down. Ich bin spottet. Ähm, 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 Stachy. Kommst dir halt dicht genug geraten. Ich hoffe mal. Zu Befehl. Nun gut, dann erstmal blitzschnelle Hände. Wunderbar. Und gib ihm bitte den Rest. Ähm, Schussserie. Okay, danke. Ich bin einfach zu schnell. Und das war unser erster Torwächter. Ziel neutralisiert. Jupp. Ah. Noch mehr Gesichtslöfe. Warum denn nicht? So, wen möchtest du verprügeln? Ach, da hinten steht er. Du verprügelst dir niemanden, würde ich behaupten. Hm. Wir haben keine andere Wahl. Hm. Sender, geh hier hin. Oh, guck mal. Probier einfach mal deinen Kettenschuss aus. Irgendwann musst du ja. Daneben? Naja, was soll's. Passiert. Mach dir nix draus. Nochmal prüfen, ob ich ihn wirklich nicht festfrieren kann. Nein. Den Zivilisten könnte ich erfrieren. Na dann, Feuerschutz. Oh, oh, oh. Ist ja gut, mein Dicker. Guck mal einfach mal rüber. Ach, du hältst sofort die Hitpoints. Und dann stürmst du durch unseren Kugelhagel. Und dann vergreifst du dich an Sender. Nö, du machst gar nichts, oder doch? Du zeigst nur mit dem Finger auf uns. Alles klar. Du wolltest nur etwas loswerden. Verstehe. So, Informauser. Dein Kill. Ihn sollte vielleicht mal jemand anhütten. Ähm, Pistole? Bring ihn bitte nicht um. Das reicht. Informauser, gib ihm den Rest. Ein paar Kills sollst du natürlich auch noch mitnehmen. Ach, du wirst bereits befördert. Das ist doch schön. Alle werden befördert. Na komm, schießen weg. Schade, kein Kodex. Gebiet gesichert. M-1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Na dann, ab nach Hause. Ein Verwundeter, aber das ist in Ordnung. Da haben wir ja noch reichlich Ersatz für. Zum Beispiel unseren Spark. Jede Menge unserer Grenadiere. Ja, da findet sich schon etwas. Na gut. Kürze ich mir das Ganze hier ab. Und dann. Guck mal weiter. Wir gewinnen allmählich einen Boden, Commander. Gute Arbeit da draußen. Danke, Bradford. So. Informauser, du bekommst Sensenmann. Ist an sich ein guter Perk. Aber ich glaube, in deinem speziellen Fall wäre Rapid Fire doch ein bisschen besser. Jo. Ähm. Und du bekommst auch Salve. Sehr gut. Dann müsst ihr euch nicht mehr um die Frostgranaten streiten. Wer die mitschleppen muss. Zwei Tage ist ja auch mehr als in Ordnung. Damit kommen wir klar. Mhm. Jede Menge Leichen. Eine Torwächterautopsie. Warum denn nicht? Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Danke. Advent Legierungsbahnführung. Äh. Hätte ich doch was anderes machen können. Und wir haben einen Wissenschaftler mehr. Forschungsdarm 14% verkürzt. Alles klar. Ja, dann müssen wir eigentlich weitermachen. Vorräte. Nicht jetzt. Infos wären mir lieber. Da würde ich sofort hinfliegen. Ähm. Hier wollten wir Kontakt herstellen, aber dafür fehlen uns die Infos. Genau, den Ingenieur wollte ich holen. Dann bauen wir hier vielleicht noch so einen Sendeturm auf. Mhm. Wobei, Vorräte haben wir ja auch nicht mehr so viele für einen Sendeturm. Ich schätze das Ergebnis, hätte ich nicht vorhersagen können. Aber es ist faszinierend. Central behauptet, früher mal eines von diesen Dingern aus nächster Nähe gesehen zu haben. Allen Spekulationen zum Trotz befand sich im Inneren kein Pilot, als wir es geöffnet haben. Tja. Die Viecher waren früherst auch ein bisschen gefährlicher. Und eine Kremlendrohne-Markterei. Sehr schön. Archon-Autopsie-Shit. Sofort kostenlos zur Verfügung. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwändigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität. Und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Naja, wir können von Glück reden, dass es keine Heli-Floater sind. Ich bin nicht sicher, was genau die Aliens mit einem demakünen Design erreichen wollten. Aber zumindest sieht es beeindruckend aus. Fusionsaxt. Fusionsklinge. Alles klar. Ähm, neues Forschungsprojekt. Andromedon, Torwächter. Mach den Torwächter. Diese Spezies, die als Torwächter bezeichnet wird, scheint über erstaunliche Psyche zu verfügen. Wie bei den anderen biomechanischen Einheiten der Aliens wird es eine Weile dauern, ihre Systeme zu entschlüsseln. Was sind denn das eigentlich für Geschwüste da? Hat man ihm die Arme abgeschnitten oder was? Ich weiß es nicht. Ähm, dann können wir wieder zurückgehen. die Aliens verfügen über beachtliche Ressourcen. Ich bin Ingenieur. Juhu. Ich bin zwar beeindruckt, welche Fortschritte wir beim Infiltrieren des Alien-Psyonik-Netzes machen, aber die Komplexität ihrer technischen Entwicklung gibt uns weiter Rätsel auf. Hm? Ach. Wie auch immer, mit den verbesserten Entschlüsselungsmöglichkeiten dieser Kammer können wir aber sicher an viel mehr Informationen gelangen als bisher erhofft. Wunderbar. Können wir damit auch Spaßpunkte abbauen? Oh ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir sind bereit und können mit der Analyse des aus der Advent Geheimeinrichtung geborgenen Materials beginnen. Commander, die Schattenkammer ist voll funktionsfähig und wir können ihre fortschrittlichen Entschlüsselungsmöglichkeiten zur Analyse des Codex-Artefakts nutzen, das unsere Truppen geborgen haben. Ich glaube, das hier ist erstmal wichtiger. Mach erstmal das Codex hören. Gut. Holen wir uns unseren Ingenieur, damit wir weitermachen können. Und die Ausbildung von Enko Kohl ist erstmal abgeschlossen. Aber es geht jetzt weiter mit Ermunterung. Ja, ich glaube, dafür entscheiden wir uns mal kurz. Wir haben ja sonst keine bessere Wahl. Aber ja, gut. Zurück auf die Brücke. Ich hätte jetzt gerne meinen Ingenieur. Wunderbar. Dr. Katja Rodriguez. Als sich eine Rauchsäule an einem Wahrzeichen in der Nähe bildete, untersuchten wir die Stelle mit Langstreckenscannern. Es gab keine Anzeichen von feindlicher Aktivität. Also führten wir einen Aufklärungsflug durch und schießten auf einen Ingenieur, der in einer kleinen Siedlung in der Nähe wohnte und XCOM per Signal kontaktieren wollte. Ja, wunderbar. Freiräumen, bla 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 bla. Gut. Haben wir jetzt mittlerweile irgendwo Infos oder sowas? Naja, vielleicht muss ich mal hier ein bisschen scannen. Wobei, warte, 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 warte. So, Ingenieur, was machen wir mit dir? Hier freiräumen. Wobei, wir haben hier aktuell zwei zur Verfügung. Gut. Ähm, geh mal raus da. Kommunikationszentrale. Sehr gut. Damit haben wir sieben von zwölf Kontakten. Damit kann man arbeiten. Aber zuerst werden wir höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Infos benötigen. Da kannst du sagen, was du willst. Hi. Ich schaue einfach noch ein bisschen über die Schulter, was sie da treiben. Seitdem das Schiff wieder fliegt, was größtenteils Dr. Shens Verdienst ist, fühle ich mich etwas nutzlos. Ich bin heilfroh, dass der Commander die schweren Entscheidungen trifft. Warum zur Hölle erzählst du das Stachy? Warum? Komm doch direkt zu mir, wenn du ein Problem hast, Bradford. Das ist doch so. Ei, 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 ei. Bradford scheint Stachy zu mögen, wie es aussieht. Naja. Was treibt Enko Coll denn so? Ja, der hockt da in seinem Bett und gammelt vor sich hin. Mhm. Wo versteckt sich der Rest? Auf der Brücke sind keinerlei Soldaten, die ich kenne. Guck mal. Jocken Detlef, Lea, ähm, Bist du einer unserer, was soll ich sagen, einer unserer Ranger, die ich nicht kenne? Wo sind unsere anderen Leute? Ist das Cat Weasel? Was zur Hölle trägst du da für eine Frisur? Geh doch mal wieder zum Friseur, das ist ja brutal. Aber gut, du hast ja eine Mütze, deswegen darfst du das, ne? Na ja, besichtigen wir mal ein bisschen die Avenger. Ich glaube, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Oder vielleicht noch nie so. Genau. Ah, hier ist das Waffenlabor. Bei Dr. Teigen arbeitet auch keiner. Ne, aber Moment mal, wo sind denn all die anderen? In den Mannschaftsquartieren ist ja auch keiner. Naja, was soll's, weitermachen. Die Folge ist eh schon zu lang. Ähm, ja komm, Vorräte sammeln. Icarusrüstung hier gestellt, wunderbar. 46 Infos. Kommander, wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehr-Koordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Taigen, die Verbindung trennen. So. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Kodex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja. Und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Och, nö. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Immer, da hat alles ewig. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Natürlich, mach das. Aber räumt da gefälligst erst mal auf. Aha, schließt das Verschlüssel. der Kodex Daten verbrückt ab. Okay. Ich habe unsere aktuellen Ziele anhand unserer jüngsten Erkenntnisse aktualisiert. Auf dem Feld tritt der Kodex als anormale Form im ständigen Fluss auf, die scheinbar immer nur wenige Millisekunden in unserer Welt präsent ist. Er war jedoch offensichtlich nicht immun gegen die Wirkung konventioneller Waffen und hat sich aufgelöst, bevor er dieses Objekt zurückließ. Aha. Na dann, mach mal hier weiter. Ja, annehmen. Das starten drei Tage. Gut, sammeln wir erst mal weiter. Hm, da müssen wir eh hin. befindet sich in einer entlegenen Region draußen im Wald, weit weg von bewohnten Gebieten. Wir müssen den lokalen Widerstand kontaktieren, um sie uns genauer anzusehen. Neues Ziel hinzugefügt. Aha. Okay. Wir sind einsatzbereit, wenn Sie es sind, Commander. Natürlich. Wir haben unsere Ziele aktualisiert. Moment, können wir da direkt hinfliegen? Nein. Er ist ja gesperrt. Das ist schlecht. Da brauchen wir wirklich eine ganze Menge Infos. Ich glaube, die Zeit haben wir noch. Hm. Oh. Oh. Diesmal dürfen wir die VIP nicht blatt machen. Also nicht mal aus Versehen oder so. Ähm. Neun Feinde. Elite-Offizier, Elite-Lanzenträger, Elite-Schildträger, Andromedon, Archon und ein Sektor-Pod. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, Einsatz starten. Stellen wir ein Team zusammen. Ähm. Spark? Du bleibst daheim. Sorry. Ähm. A good call? Wo steckst du? Hier. Schon wieder ein Tag. Ach je. Hm. Und ja, vielleicht sollten wir mal langsam heute anfangen, ein bisschen zu rotieren. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Wird schon nichts Schlimmes passieren, oder? Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Moment, 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 Moment. Ist da ein Codex dabei? Ähm. Nein. Schade. Nein. Au. Moment, wir haben noch eine neue Rüstung. Die gucken wir uns auch mal direkt an. Direkt mal an den Sniper. Mit der Mobilität eines Arschottens sollte Ihnen diese Rüstung nahezu unbegrenzten Bewegungsfreiraum im Kampf verleihen. Passen Sie nur auf, wo Sie landen. Oh, zützliche Ausrüstungsgegenstand. Ähm. Na, oh, Moment. Ach, nö, jetzt darf ich alle noch mal neu ausrüsten, oder? Nein. Brauche ich nicht. Gut. Wer bekommt das Schlangenoutfit? Ich weiß, wer sich sehr darüber freuen würde. Ähm. Probieren wir es mal. Ähm, Ausrüstung. Hier die Handtasche. Sogar im edlen Schwarz. Das liegt auch nur daran, weil ich dich ein bisschen farblich angepasst habe. Vor ein, zwei Missionen oder so. Dann nimmst du mir bitte den Schädelstecker mit. Vielleicht sehen wir doch einen Kodex oder sowas. Dann ist das Gerät gerne dabei. Mal gucken, ob du mit dieser Rüstung zurechtkommst. Ausweichung plus 35. Hm. Moment, Moment, Moment. Ich hab doch bestimmt wieder neue Ausrüstung. Nimm mal so ein Standardgewehr. Genau. Gucken wir mal. Individualis... Nein, nicht individualisieren. Nein. Waffenverbesserung. Ähm. Überragendes Laservisier. Kritische Trefferchance. Kostenloses Sofortkills. Bonusaktion. Kostenloses Nachladen. Nein. Ich hab nicht das, was ich bräuchte. Aber gut, dass andere Zirkel können wir ja für andere montieren. Na gut, nimm wieder deine Waffe. Genau, diese hier. So meine Freunde, ab. Ich würde mal sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.